Alles gut? Ja, sehr schön! Mama! Danke! Du zeigst dem Falko einem schönen Gruß, gell? Der Falko? Ja, wirklich der Falko. Auf und ab und weg zum rechtes Bein! Ah, nein, jetzt! Kann man schon, da gibt's das heute. Zäh, fix. Kein Empfang. Wenn Teufelsname auf den Dächern steht, von Ost der Tod herüberweht. Ein komischer Tag. Telefon. Mama, ich geh für zwölf Monate auf ein Greenpeace-Schiff. Wo fahrst du hin? Auf ein Schiff von Greenpeace? Weißt du, das sind ja nicht die Wale. Dein Sohn. Ich will nix wissen von dem Trans-Ekoschmann. Das ist ein komischer Tag heute. Knapp 100.000, die ich brauche. Wenn ich jetzt einen Unfall hättest, dann könnten wir schon was machen. Ihr Gläster. Mit Gelenk. 250.000. 1,2 Millionen. Sind wir lustig heute? Ich will mal einen Witz machen, oder? Ich will mal einen Arm wieder haben. Herr Paul, der hat den Arm in seinen Scheißkopf reingetan. Wo ist's mal ab? Komischer Tag ist das heute. Was meinst du, wenn der gehört? Gehört hat, meinst du? Den gefrieren wir ein. Was meinst du? Wir können auch Zetteln aufhängen mit einem Fotowerfer. Müsst diesen Arm bitte melden. Aha. Der Heilige Maria, Mutter Gottes, macht, dass wir meinen Arm wieder finden. Da ist er vor oben. Der Depp. Scheiße, dass das passiert ist. Aber mei, jetzt ist's halt mal so, gell. Was weg ist, ist weg. Fühl auf! Halt's Maul! Mama, was machst denn du? Sehr eigen, deine Familie. Wie die Familie ist eigen, oder? Was weg ist, ist weg. Jetzt geh halt weiter! Was haben's dir alles? Magst du ein Wanderl heut? Demnächst im Kino.